Hallöchen und willkommen zurück zu Loonwolf. Nach echt langer Zeit, also für mich zumindest, ich glaube ich habe jetzt drei Wochen nicht mehr aufgenommen, weil irgendwie dieses war und jenes war und dann war ich unkoordiniert. Für euch wahrscheinlich nicht ganz so lange. Ja, und wir starten direkt rein, weil wir haben dann erstmal Fahrzeit. Und dann kann ich reden. Und zwar... No. Yes. No. No, die nächste... Hören wir uns mal die Missionsbeschreibung an. No. Massive amounts of equipment are being transported by cargo ship between the island in A3 and the island in C3. Sink all ships moving between these islands. There will be destroyer escorts, sink these as well. Press Y for this mission and for the next mission. Yes. Yes. Entering area A1. Das ist unsere Mission. Wir müssen einen Truppentransport aufhalten, alle schön absaufen lassen. Dieses Mal keine blöde Festung aus Destroyan, in die man sich reinschleichen muss, sondern wir können sie gemütlich alle unterwegs einzeln umbringen, hoffe ich mal. Ich habe die Mission schon mal gespielt, das ist aber wie gesagt drei Wochen her. Ähm, ja, wir fahren erstmal los. Auto Course 2. Auto Course 2. Select Course in... Manually select area and sector. Oh, hopp' na. Ähm, die Sprache ausstellen. B 3. Sector 3. 3 in der Hoffnung, dass es auf der Route liegt. Ahead. Ahead. 36. Ahead 4. Ahead 4. Double time. Triple time. Die Zeit beschleunigt. So, jetzt kann man reden. Ja, ihr hört schon, englische SAPI habe ich hingekriegt. Äh, war nicht ganz trivial, aber es geht. Ich habe dann auch festgestellt, okay, ich kann damit spielen. Das musste ich echt ausprobieren. Ich war mir nicht sicher. Ja, das mit der Sparausgabe. Ach, ich wusste, dass es viele Leute das nicht mögen. Aber... Target Destination 24.2 Miles. Ich hatte nicht gedacht, dass es so schlimm ist für euch. Das tut mir sehr leid. Äh, wirklich große Story. Aber jetzt, äh, ist es hoffentlich vernünftig. Also jetzt, wie gesagt, spricht es Englisch. SAPI, äh, ja, es sollte eigentlich passen. Hm. Ja, dementsprechend habe ich auch ein paar Folgen weggetan, die ich schon aufgenommen hatte. Wie gesagt, diese Mission hier hatte ich da schon mal. Äh, deswegen ist vielleicht hoffentlich nicht allzu viel Chaos in den hochgeladenen Aufnahmen entstanden. Was ich glaube, als schlimm dürfte ich nicht sein. Äh, ja, aber wenn irgendwas verwirrend ist oder ich irgendwas schon noch nicht erklärt habe, was total grundlegend ist, dann habe ich es vielleicht irgendwo erklärt, was ich jetzt nicht habe, was das Ende jetzt nicht hochgeladen hat. Ähm, ja, aber jetzt hoffe ich mal, dass wir eine gute Jagd haben. Und nicht gleich abkratzen. B2, nichts zu sehen. Ah, und deswegen habe ich angefangen, erst zu spielen und dann zu reden, weil wir fahren hier jetzt erst mal 20 Meilen, jetzt sind es noch 11. Bis zu der Position, wo ich hoffe, dass die Cargo-Trips dann langkommen. Das muss man machen. Jetzt sind wir in B3, wie gesagt, 5 große Sektoren, aber 5 kleine Sektoren jeweils. Wir gehen mit beiden Mitteln von dem B3-Sektoren, in der Hoffnung, dass da was ist. Da ist auch schon was. Ah. Ah. Das ist doch mal. Das ist doch mal. Ah. 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 Einstellt da. Da kriegen wir es gleich. Nein! Das war der falsche Knopf. Verdammt. Jetzt haben sie uns gesehen. Was heißt, dass sie jetzt den Kurs wechseln? Wo sind sie denn? Wir sind bei 50. Ah, aber den kriegen wir doch. Ich rate jetzt einfach mal, dass das vernünftig ist. Und das klingt gut. Ah! Dann hoffen wir mal, dass wir ihn erwischt haben. Und da ist noch eins. So, wir schauen uns mal die Lage an. Da kommt direkt das nächste Licht. Bam! Da sinkt es auch schon wunderbar. Und das nächste ist jetzt wo? Nein, dich track ich doch gar nicht, du Müske. Verdammt, das ist uns aus der Sicht gefahren. Während wir das andere haben sinken sehen. Aber die waren ja alle so auf Kurs 50 oder so. Oder habe ich mich da vertraut? Ne, kurz 50 war der Kurs, als es weggelaufen ist von uns. Was hält er denn jetzt runter? Wo ist denn hier das? Wo ist denn hier das? Da ist ein Destroyer. Den schnappen wir uns doch idealerweise. Dann sind wir hier los. Ich denke, ich kriege ihn. Ah, ich finde das nicht richtig. Der fühlt sich nicht einer mehr dadurch. Der ist nicht mehr dann. Okay, das sind zwei. Das gefällt mir nun gar nicht. Aber wir versuchen es mal. Mit etwas Glück wirst du ihn. Verdammt! Verdammt! Warum geht der nicht jetzt... Verdammt, er wüscht uns. Wir haben keine Torpedos. Oh Gott. Ne, was ist das? Verdammt, da ist er direkt vor uns. Wir haben keine Torpedos. Oh Gott. Darin kann ich nicht tauchen! Das ist gut. Nein. Da hat er uns erlegt. Ich konnte nicht tauchen. Sorry, du verlierst. Surviving enemy. 2 Destroyers. 5 Cargo-Ships. Ach du meine Bitte. So. Na gut. Ah, da habe ich irgendwie, ich wollte Alarm tauchen und dann ist er nicht ins Alarm tauchen gegangen, sondern wollte, dass ich irgendeine Tiefe eingebe und hat dann meine Zahlen nicht akzeptiert. Das war ja nicht so schön. Da habe ich mich auch übernommen. Ich kann ja nicht alle Destroyer auf einmal vernichten. Könnte ich theoretisch schon, aber ui. Yes. Would you like to replay the same mission? Yes. Yes. Massive amounts of equipment are being trans... Yes. Entering area A1. Wir gehen... Course 45 degrees. Wieder ungefähr dahin. Gentle descent. Leveled. Auto course 2. Auto course 2. Das ist schon schwer, aber das ist alles ein bisschen zäher. Ja, ja. Und irgendwas hat er auch an der Steuerung verändert, aber gut. So, wir gehen wieder nach B3. Aber vielleicht gehen wir mal auf 1, 3. Na, was auch immer. Jetzt... Auto course 2. Auto course 2. Manually select area and sector. Supply ship in area B2. Manually select area and sector. Area B3. Sector. 1, 3. Turning. Ahead 1. Ahead 1.5. Ahead 1.5. Ahead full. 27. View using absolute compass. View relative to bow. Double time. Triple time. Target destination 26.6 miles. Oh, das ist noch weiter. Ne, dann machen wir das aber nicht. Dann gehen wir wieder zu der Position. Auto course 2. Select course in degrees. Cancel auto course. Select course in degrees. Was macht der denn mit der Steuerung, Kinder? Auto course 2. Auto course 2. Cancel auto course. Auto navigation turned off. Auto course 2. Auto course 2. Manually select area and sector. Area B3. Area B3. Sector 3. 3. Turning. 30. So. Ja, und dann heißt es warten. Regular time. Double time. Triple time. So wie das im U-Boot-Krieg halt ist, ne? Man fährt durch die Gegend mit einem ziemlich langsamen Kahn, weil U-Booten sind da einfach nicht fürs Schnellfahren gemacht. Und dann wartet man und dann wird man umgebracht. Target destination 20.2 miles. Muss man schauen, wenn ich die öfter nicht schaffe, dann muss man das wahrscheinlich irgendwie schneiden oder so. Aber jetzt für die ersten ein, zwei Versuche ist es wahrscheinlich okay. Ansonsten, äh, ich sag mal so, ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwie wollt, was ich irgendwas erzähle oder so. Ich könnte ja theoretisch auch mal Kram recherchieren zum Thema U-Boot-Krieg oder so. Keine Ahnung, nicht um die Histofact erzählen oder sonst irgendwas, was ihr spannend findet. Könnt ihr ja mal schreiben, ob euch irgendwas einfällt. Nichts zu sehen bisher. Aber das ist auch nicht zu erwarten, wenn sie das letzte Mal ja auch ziemlich lange dauern. 10 Meilen noch. Und nichts zu sehen. Ja, das ist mal vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Target destination 7 miles. Entering area B3. Und idealerweise verdrück ich mich auch nicht nochmal. Destroyer 43, off port. Ahead. Ahead one. Falling back to regular time. Full stop. View. One destroyer 53. Return escape. One destroyer 53, off port 5,900 yards. Da ist der Destroyer. Tracking. Torpedo tube doors open. Mal schauen, ob wir ihn vielleicht gleich rausnehmen können, weil wie wir eben ja gesehen haben in der Missionsbeschreibung. Es gibt es 4, äh, die zweite Destroyer. Oh Gott. Sleight left. Hälfte nicht im Kurs, was du denn? Ahead one quarter. 5P. Hard left. 23P. 32P. 41P. Moderate left. Hä? Sleight left. 46P. Ist mir aus der... Nothing. Bist mir aus der Autum gefahren, die Sau. Ah, na gut. Aber warten wir doch mal einen Moment. Ob hier vielleicht noch irgendwas vorbeikommt. Nothing. Sleight right. 1S. Straight ahead. Course 345 degrees. 345, damit kann ich, glaube ich, nicht viel anfangen. Die kamen immer so auf 50 oder so raus. Wir gehen mal auf... Auto Course 2. Auto Course 2. Select Course in degrees. Enter Course in degrees. Ich hab das schon. Zero. 354. Das macht das echt langsamer, mit der Sapi zu spielen. Nothing. Nichts zu sehen, dann fahren wir mal weiter. Ahead 1.5. Ahead 3.4. Nothing. Ahead full. Nothing. Located in Area B3, Sector 2-2. Nothing. B3, 2, 2 ist immer. Nothing. Na komm. Zeigt euch. Ich muss doch ein paar Schiffe versenken hier. Nothing. 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 Ich kann natürlich auch mal wieder schauen, ob ich mit Auto Course die Schiffe direkt anstecke. was immer so ein bisschen Betrug ist, finde ich, weil als U-Boot war das ja genau das Ding, da musst du die Schiffe finden. Nothing. Aber, ähm, ich bin ja spielbar kein Problem. Auto Course 2. Auto Course 2. Manually select a... Supply ship in Area B2, Sector 3-3. Cargo ship in Area B3, Sector 4-3. Ah. Cargo ship in Area B3, Sector 5-3. Cargo ship in Area B3, Sector 5-3. Also die kommen alle in den Dreiersektor, so wie es aussieht. Also auf der Dreiersebene. Auto Course 2. Auto Course 2. Select course in degrees. Manually select area and sector. Area B3, Sector 3-3. Turn A. 9. Destroyer detected at 5,000... Ahead 3. Ahead 1. 18. Full stop. View. Ein Destroyer, wo bist du, wo bist du? One Destroyer, return escape. One Destroyer 1.13. Off Port 5,400 Yards. 30. Off Port 5,200 Yards. 131 P. Ach Gott. 54. 63. Sie sind gerade hinter uns. Schauen wir mal. Ich kann gerade gar nicht einschätzen, ob er aus dem Knopf irgendwie vor den Bug läuft. Das klingt ein bisschen so, aber... Wir warten mal ein bisschen... Sleight right. Auto Navigation turned off. 2007... Vor allem kommt er uns verdammt nahe, wenn er uns rammt, er geht. 100... 1900... Reverse. Reverse mal, obwohl es auf die Distanz ganz schön gefährlich ist. Destroyer has spotted me now. Ami is attacking. Destroyer is... Und da hat uns das schon wieder erlegt. Uuuuh. Sorry, you lose. Surviving enemy. Two Destroyers. Das ist sogar nicht schlecht, ich glaube, wir haben das letzte Mal. Yes. So ein Mist. Gut. Ich schaue mal gerade. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon eine Folgenlänge zusammen. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, lange fahren und oft sterben. Idealerweise heißt es dann nicht mehr so viel durch die Gegend fahren. Ich werde es dann auf jeden Fall irgendwie kürzen. Und ja. Ich hoffe, dass es jetzt so mit dem Setup besser für euch. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.